Mein Name ist Nukukle Xiongle. Ich studiere Sozialarbeit und Gemeinwesenarbeit. Ich bin im dritten Jahr und mache gerade meinen Abschluss. Ja, ich arbeite bei einer Hilfsorganisation, die Kindern hilft, die gefährdet oder behindert sind oder weißen Kindern. Das ist in der Nähe von Manzini, ist nicht zu weit entfernt. Ach, ich mache das gern, ich helfe anderen gern. What do you want to do later in which field do you want to work? Vielleicht mit Kindern, denn Kinder sind so vielen Gefahren ausgesetzt. Ja, they are exposed to danger. And you yourself, how was your life? Was it also a difficult life? Tja, mein Leben, das war ein schwieriges. Ja, wirklich, sehr schwierig. Aber dieses Sozialarbeitsstudium hat mein Leben verändert. Und wenn du von deinen Eltern verlassen wirst, das verletzt dich sehr. Bei meiner Großmutter, mütterlicherseits, die hat mich großgekommen. Oh, she did very well. Such a clever and determined girl. Yes. What do you think, I mean, it's so interesting to hear, so many children are raped. What do you think about that problem? Oh, that's a very hard problem for children. Das ist so schwierig. Die Kids sind in bestimmten Situationen ihren Vergewaltigern völlig ausgeliefert. Es gibt Selbstmordversuche wegen dieser Situation. But what can a social worker do in this case? What kind of? And what can social workers do? Social workers help the children. Wir helfen den Kindern, sich selbst zu finden. Ein Satz von Obuchle, über den wir nachdenken sollten, denn das ist das Schwierigste, traumatisierten Kindern wieder Lebensmut zu geben.